Die Volksschule Schweigas, guten Morgen! Morgen, hallo! Morgen! Samt Bürgermeister, guten Morgen! Letzte Aufstellung, und aus Bayern haben wir auch unsere Gäste hier, die 4A aus Wiedolfing, bitte einen großen Applaus! Die 4B, es steht aber leider 4A und dann habe ich es falsch gesagt, aber ihr seid die 4B! Hallo 4B aus Wiedolfing! Hallo 4B aus Wiedolfing!